Willkommen! Ihr könnt schon das Season 3 spielen. Da ist er. Ich hoffe Luke geht's gut. Ich brauchte Luke. Der hatte so'n weiches Gesicht. Ja, er war da schön. Ja, man mag ihn dann. Aber egal. Er war auch lieb und nett und irgendwie auch blöd. Shhh! Carver, los geht's! So! Ah! So! 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 rồi Nick ist weggekommen, ne? Aber er kommt weg und er kommt gut an und wird nicht gewissen oder ungefallen oder getötet. Nicht, dass er getötet wird. Geht weg! Geht einfach weg! Geht einfach weg! Bitte, bitte! Nein! Nein! Geht weg! Geht weg! Ich habe nie gehört, dass es funktioniert. Nur eine Art Weg zu finden. Geht weg! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Ich will ihn nicht töten. Warum müssen wir ihn mal töten? Was ist das? Nicht viel. Hier. Danke. Was ist das? Warum sollten wir ihm nicht helfen? Wir können damit fahren. Ich habe hier in der Ecke noch etwas gesehen. In die Ecke. Wir nehmen sie mal mit. Nein! Aus! Nein! Leave it! Was mitnehmen und nicht benutzen? Haben Sie eine Lichter? Das schmeckt so schlecht wie es schmeckt. Jetzt was? Nein! Nein, ich wollte... Lass mich vorne gucken! Manu, immer muss man entscheiden, ob man nicht alles durchgucken kann. Ja, da sind Geräusche, die ich nicht... Geräusche, das ich hasse. Ich will... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Klementine, bist du okay? Luke's not with you? Where's Alvin? What happened? It's been hours. Where are they? We got attacked. By who? Walkers. Jesus! We all got split up. I was with Pete, but... Thank God. Where were you? Where were you exactly? Down by the stream. We gotta go. Just hold on a minute. My husband is still out there! Get the guns! Luke and Alvin went out looking for you. I told him not to go. Damn it, Luke! Klementine. Can you... Can you please watch Sarah? She's upstairs. Just distract her. And don't tell her anything. She gets nervous. I'll take care of her. You can trust me. Thank you. You'll be safe inside. Just don't open the doors for anything. We'll be back soon. And thank you. Oh, jee. Jee. Das passiert ja auch nie was Schlimmes, wenn ich auf jemanden aufpache. Asse. I found this under the house. There was all kinds of old stuff. It's so cool. Take one of me. Come on, take one of me. Please? Yeah. Get me in a good pose, okay? Okay. Okay. Okay, I'm ready. Yeah, mach. I'm ready for it. Okay. I'm ready for it. Come on. Chee. Bam. What's wrong? Where's my dad? They're just fishing. I know that's not true. They're just fishing. I don't know what they're just fishing. Oh. Okay. Okay. Ah, 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 ah. Was bedeutet das? Um... Ich weiß nicht. Ich dachte, es wäre schwerer. Okay. Was mache ich? Die wichtigste Sache ist, wenn du fangst, fangst ein breath, bevor du den Trigger fangst. Nicht so groß. Was soll ich fangst? Nicht so machen! Sorry, sorry! Nein! 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 Ah! Das ist bestimmt nicht Luke. Ich glaub's nicht. Luke ist mit Elvin unterwegs. Und das müssten dann zwei Schatten gewesen sein. Und nicht nur einer und... Das ist nicht Luke! Lauf! 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 Not Luke! Not Luke! Aaaaah! Buh! Ich mag das Hauslicht. Das ist so'n bisschen... Buh! Ach Clem, du musst jetzt nicht schleichen! Lauf doch! Das ist nicht Luke! Richtig! Das ist nicht Luke! Richtig! Das ist nicht Luke! Das ist nicht Luke! Ich kann nicht schleichen! Ich kann nicht schleichen! Ich kann nicht schleichen! Ich kann nicht schleichen! Das ist nicht Luke! Was ist dein Name? Mein Name ist George, honey. Pleasure zu treffen. Du mindest, wenn ich in ein bisschen komme? Would you please leave? You don't usually see cabins this big out here. Just me and Dad. Yeah? What's his name? Ed. Strong name. I like him already. Where is he? He's out. Well, I'll cut to the chase. I'm out looking for my people. Seven of them, to be exact. Sie haben eine lange Zeit verlassen, und ich bin froh, dass sie sich verletzt werden können. Vielleicht hast du sie gesehen. Ein paar Farmen und ein altes Mann. Ein Spanierer und seine Daughter. Eine schwere Frau. Ein bisschen größer als du. Ein großartiger Mann. Das großartig. Ich habe ihn nicht gesehen. Das ist ein Schmerz. Hast du sicher? Ich bin sicher. Das ist ein sehr viel Platt für zwei Leute. Sieht sich ein Tornado durch hier. Ja, ich sollte die Küche machen. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich hoffe, du bist nicht einer dieser Schmerz. Sieht nach den Schengren. Wo bist du? Ja, nach dem Wasser. Da ist ein süßes Ort mit einem Boot, wo wir in der Kampen haben. Wir haben ein paar Tenten und alles andere. Wie lange hast du da? Ich bin da für eine gute Zeit. Wirklich? Woher geht's das? Woher geht's? Ich bin da. In der Kampen. In der Kampen. Woher geht's? Ich bin da. In der Kampen. In der Kampen. Oh, das ist ein richtig schönes Ort, ein bisschen kürziger. Ich wusste einen Mann, der immer so war, wie dieser. Doktor. Ein richtig schmuck, sonne von einem B****. Was hat ihm passiert? Ich sage nur, dass wir unsere Unterschiede hatten. Sooner oder später, die Leute nahe zu dir finden, um dich zu crossen. Das passiert jedes Mal. Well, well, White's in trouble. Three moves away from Checkmate. Was war das? Ich dachte, du sagst, niemand ist hier. Es ist wahrscheinlich nur der Wind. Uh... Fuck. Fuck. Ich habe dir gesagt, niemand ist hier. Es sieht so aus. Ich habe nicht gesagt, dass ich mich rutsche. Ich könnte dich hier nicht einfach mit einer guten Bewusstseins, wenn jemand jemand rutscht, richtig? Sure. Wer ist das? Muss sein, jemand, die hier vivierte. Muss sein. Du hast kein Wissen, wer diese Leute sind, oder? Ich weiß nicht, was du sprachst. Ich frage dich das. Als du sie kennengelernt hast, wie viel sie dir glaubten? Was ist dein Punkt? Wenn die Leute nicht glaubt, wie sie sie glaubt? Ich glaube, dass ich dich lange genug beschäftigt habe. Ich kann mich selbst ausbauen. Warte, wer bist du? Du hast jetzt einen wirklich guten Tag. Wo ist er? Er ist weg. Was, wenn er zurückkommt? Wenn er zurückkommt! Mit mir war, mit mir Menschen wahrscheinlich auch. Wir müssen die anderen finden. Wir können nicht rausgehen. Clementine. Sarah. Sie sagten mir über Pete. Sie wissen, wo er ist, nicht wahr? Komm, gehen wir. Ein Mann war hier. Was? Was hat sie gesagt? Someone kam in der Kabin. Was? Clementine mit ihm. Und du hast einfach die Tür für ihn geöffnet? Entschuldigung, Rebecca. Entschuldigung? Ich bin entschuldigung. Du entschuldigung. Ich habe nicht öffnet die Tür. Er kam einfach in. Sie sagt die Wahrheit. Er hat ihn gesagt, dass er sein Name ist? Er hat ihn gesagt, was er sein Name ist? Vielleicht nicht er sein. Du kennst das ganz gut, wie er war. Er hat ihn gesagt, dass er sein Name ist? Er hat ihn gesagt, dass er sein Name ist George. George? Das ist das, was er gesagt hat. Er hat ihn gesagt, was er sah? Er hat ihn gesagt, was er sah? Er hat ihn gesagt, was er sah? Er hat ihn als Kind? Er hat ein Mustache. Er hat einen Mustache. Er hat ihn als ich? Er hat ihn als ich? Oder eher als Alfen? Er hat ihn gesagt, was er... Er hat ihn gesagt, was er. Er wird nicht jemanden schrauben, oder? Natürlich er wird nicht, Sarah. Ihr Vater ist der schönste Mann, ich weiß. Das ist warum er nicht so gut machen kann. Oder nicht so gut. Genau. Er hat ihn gesagt, was er schlecht ist, Frau. Sie werden tun, oder sagen, was zu uns verletzen. Was hast du? Er hat ihn gesagt, er wird wieder zurückgekommen? Er sah eine Bilder von mir. Eine Bilder? Was hast du gemacht, die Bilder zu machen? Carlos. Was? Du musst dich schrauben. Du schraubst dein Mutter. Du sagst mir, sie zu erinnern. Sie sagen, sie zu erinnern. Erinnern? Sarah. Ich bin nur ein Idiot? Ich dachte, wir sind Freunde. Er war schraubst. Wir haben Glück. Wir haben Glück. Er hat uns nicht erwartet. Er hat ihn nicht erwartet. Clementine hätte ihn überrascht. Sie hat nicht da. Er war nicht da. Er war zu dumm. Aber er wird wieder mit dem Rest. Wir haben nicht viel Zeit. Er ist richtig. Alle, packen. Wir gehen jetzt. Alvin, warte. Wir gehen jetzt. Wir müssen jetzt weg. Wir gehen jetzt. Seine Frau. Bevor er wieder mit mehr Schmerzen. Aber es wird okay sein. Wir gehen. Wir gehen. Warum hast du ihn weg? Weil wir mussten. Wir gehen. Clem. Ich weiß nicht, was er dir sagt, aber William Carver ist ein gefährlicher Mann. Er ist der Kampen nicht weit weg von hier. Und er ist sehr smart. Wir sind Glück, dass wir wegkommen sind. Schau, ich bin sorry, dass du mit dir involvieren. Aber jetzt, dass er dich hat, und du bist sicherer mit uns. Wir müssen weg. Wir müssen ihn finden. Wir müssen ihn finden. Wir holen ihn weg, Nick. Clementine. Du weißt, wo er war, oder? Ja. Okay. Everybody grab your stuff. Let's hit the road. Ich vergesse immer, dass es, äh, ne? Bis zum nächsten Mal stimmt.